Moin, FlexDoc hier. Zugegeben, der YouTube-Titel soll provozieren und deswegen zum Klicken verleiten. Aber nun seid ihr ja nun mal hier und könnt in diesem Video erfahren, was SnapTab eigentlich ist, warum es die ganze Aufregung überhaupt gibt und welche Argumentation es zur Verteidigung von SnapTab gibt, die irgendwie in der ganzen Aufregung bewusst oder unbewusst übersehen wird. Los geht's nach dem Intro. Was ist SnapTab also? Schön, dass ihr fragt. Bei einer, sagen wir mal, normalen Tastatur ohne SnapTab passiert im Spiel folgendes, wenn man die nach links oder rechts Bewegungstaste drückt. Drückt man nach rechts, meistens ist das die Taste D, dann läuft der Charakter nach rechts. Klar, hält man die Taste D gedrückt und drückt dann zusätzlich die Taste für nach links gehen, in der Regel ist das die Taste A, dann bleibt der Charakter stehen, da sich nach rechts Taste D und nach links Taste A gegenseitig aufheben. Hält man nach links A gedrückt und lässt dann nach rechts D los, dann geht der Charakter nach links. Das nach rechts gehen muss also erst aufgegeben werden, damit der Charakter auf die Tastatureingabe nach links reagiert. So ist das von den Spielen in der Regel vorgesehen und allgemeiner Standard. Die von Wooting erdachte Rapid Trigger Funktion in einem Keyboard beschleunigt diesen Prozess, indem die erste Taste in unserem Beispiel D für nach rechts gehen nicht wieder komplett losgelassen werden muss, damit die gegenteilige Taste A aktiviert werden kann, sondern die Taste D nur einen vorgegebenen Weg angehoben werden muss und das kann eben lediglich 0,1 mm sein. Man gibt also die eine Richtung schneller auf, damit die andere aktiv werden kann, weil der Finger einen geringeren Weg angehoben werden muss. Dies macht Counter-Straffing in Tuck-Shootern wie zum Beispiel Counter-Strike wesentlich schneller und flüssiger mit Rapid Trigger. Wooting hat mit dieser Rapid Trigger Funktion die gesamte Gaming-Tastaturbranche auf den Kopf gestellt und es gibt kaum noch einen eSports Pro in diesem Bereich, der nicht mit einer Wooting spielt. Viele Firmen haben diese Rapid Trigger Funktion dann ebenfalls in ihre Tastaturen mit magnetischen Schaltern, die das überhaupt ermöglichen, übernommen. Einige recht gut, wie Akku mit der Mod 007 und andere eher mäh, wie zum Beispiel SteelSeries oder Razer. Aber wie auch immer, wichtig ist, auch bei Rapid Trigger muss die eine Richtungstaste gelöst werden, bevor die andere Richtung aktiv werden kann. Razer muss wohl durch diesen riesengroßen Erfolg von Wooting ziemlich angefressen gewesen sein und wollte jetzt mit etwas noch spektakulärerem Kontern und zwar mit SnapTab. SnapTab macht nichts anderes, als sich über das eben genannte Szenario hinwegzusetzen. Soll heißen, drückt man D für nach rechts laufen, hält gedrückt und drückt dann zusätzlich A für nach links laufen. Dann läuft der Charakter nach links und bleibt eben nicht stehen, bis die nach rechts Taste wieder gelöst wurde. Da natürlich im Endeffekt die Tastatur-Firmware festlegt, welcher Tastendruck übermittelt wird, funktioniert das Ganze. Sobald die gegenteilige Richtungstaste gedrückt wird, wird die vorige automatisch gelöscht bzw. deaktiviert und nur noch die letzte Eingabe weitergegeben und eben nicht beide wie bei einer normalen Tastatur, sodass das Spiel erkennen könnte und den Charakter eben stehen bleiben lässt. Jetzt könnte man, wie auch ich zunächst sagen, dass das eine philosophische Frage ist und nicht eine Frage des Cheatings. Was soll passieren, wenn ich die Richtung dadurch ändern möchte, indem ich eine andere Richtungstaste drücke? Bleibe ich erst einmal stehen oder gehe ich direkt in die neue Richtung? Die Fraktionen der Gamer, die SnapTab für Cheating halten, argumentieren, dass es der Spielehersteller ja so vorgesehen hat, dass wenn zwei gegenteilige Richtungstasten übermittelt werden, Betonung auf übermittelt, der Charakter im Spiel stehen bleibt und sich die Razer-Tastatur im Prinzip darüber hinweg setzt, indem sie immer nur die letzte gedrückte Taste übermittelt. Es also sozusagen nie zu einer gleichzeitigen Übermittlung zweier gegenteiliger Richtungstasten kommen kann. Die Betonung hierbei auf übermittelt deswegen, weil es normalerweise bedeutet, dass physisch vom Gamer auch zwei Tasten runtergedrückt sind, wenn beide übermittelt werden. Bei SnapTab ist das auch so, aber es wird eben die erste gelöscht und nicht nur die zweite übermittelt. Sieht es der Spielehersteller also so, dass die Übermittlung, also das, was das Spiel ja wirklich registrieren kann, der entscheidende Faktor ist, so ist ja alles irgendwie in Ordnung. Geht der Spielehersteller aber davon aus, dass die doppelte Übermittlung zwingend erfordert, dass auch beide Tasten gedrückt sein müssen, beziehungsweise im Umkehrschluss für den Richtungswechsel eine physisch wieder gelöst werden muss, dann sieht das vielleicht schon etwas anders aus. Aber welchen Vorteil bietet SnapTab denn nun wirklich, dass man es überhaupt als unfairen Vorteil betrachten kann? Die Tatsache des schnelleren Counter-Strafings ist es ja eigentlich nicht, da man dies dann ja auch Rapid Trigger vorwerfen könnte. Auch da geht das Counter-Strafing sehr viel schneller und in der Theorie nur minimal langsamer als bei SnapTab. Nein, der springende Punkt ist die Tatsache, dass man für das Counter-Strafing, also das schnelle Wechseln der Richtungen bei SnapTab, nur eine einzige Taste drücken muss. Wird nach links gedrückt und gehalten, geht der Charakter nach links. Drücke ich zusätzlich nach rechts, dann geht er unmittelbar nach rechts. Lasse ich die nach rechts Taste dann aber wieder los und halte die ganze Zeit die nach links Taste gedrückt, dann wird die nach links Funktion, die nach links Taste, wieder aktiv. Man braucht also nur eine Taste zu drücken und loszulassen, um die Richtung zu wechseln, weil die Übermittlung der ersten Taste nur pausiert wird, solange die andere gedrückt ist und umgekehrt. Das ist nun schon ein gravierender Unterschied, wenn nur eine Taste gedrückt werden muss. Vielleicht nicht von der Geschwindigkeit, wohl aber und das ganz erheblich vom Timing her. Zeige- und Ringfinger müssen sich nicht mehr gegenseitig koordinieren, um ein flüchtiges Counter-Strafing hinzubekommen. Dafür reicht jetzt ein Finger. Für diese Technik gab es im Übrigen schon lange bevor Razer SnapTab per Firmware Update auf seine Hansman V3-Tastaturen gebracht hat, ein Skript, was genau das eben Besprochene macht. Es priorisiert immer nur die letzte Eingabe bei zwei festgelegten Tasten. Wer dieses Skript auf seinem PC hatte, wurde deswegen gebannt. Das Ding heißt S*** und gilt ganz klar als Cheating. Es war also ein Skript, was auf dem PC lief und sozusagen zwischen Tastatur und Spiel geschaltet war und die Tastatureingaben so gesehen verfälscht hat. Darauf kommen wir aber später noch zurück. So, ich hoffe ich konnte SnapTab bzw. SoCD halbwegs verständlich erklären und veranschaulichen und habe nicht irgendwo im Text links und rechts verwechselt. Ich habe jetzt jedenfalls durch die Erklärung einen Knoten im Hirn. Ich hoffe, ihr nicht. Wenn alles soweit verstanden wurde und ich es richtig wiedergegeben habe, dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Punkt, warum man SnapTab vielleicht doch nicht als Cheating ansehen könnte. Ansonsten spult nochmal zurück und lasst euch nochmal von meinem Erklärwerk einlullen und kommt hierhin zurück. Wenn also alles klar ist, dann möchte ich den Fokus nun auf Modelle richten, die ganz klar und eindeutig Cheating sind. Als da wären zum Beispiel Autofire-Skripte. Bei einem Autofire-Skript schickt die Maus einzelne Klicks in schneller Abfolge an den USB-Port des PCs, selbst wenn man den Finger dauerhaft auf der Maustaste lässt. Auf diese Art und Weise kann eine Single-Fire-Waffe ingame zu einer Autofire-Waffe werden, denn der User muss nicht den Main-Button schnell spammen, sondern das Skript bzw. die Firmware der Maus macht dies für den Spieler und das in der Regel deutlich schneller als er es könnte. Auch hier setzt sich das Skript oder die Hardware über das hinweg, was der Spielehersteller eigentlich wollte. Aber, und das bitte jetzt im Hinterkopf behalten, der Gamer macht diese Klicks ja überhaupt nicht mehr selbst. Das Skript oder die Firmware der Maus macht das für ihn. Okay? Gleiches bei einem Recall-Skript. In vielen Spielen haben die Waffen einen Rückstoß. Wenn man also bei einer automatischen Waffe den Abzug bzw. die linke Maustaste gedrückt hält, dann verzieht die Waffe nach oben, eben durch diesen Rückstoß. Man gleicht das aus, indem man in gleichem Maße wie die Waffe nach oben geht mit der Maus während des Feuerns nach unten zieht. Dafür ist ein gewisser Skill und jede Menge Training nötig. Bei einem Recall-Skript oder Recall-Makro in der Maus gleicht diese den Recall automatisch aus, indem sie die Mauszeigerposition automatisch im gleichen Maße nach unten bewegt, wie der Recall im Spiel nach oben geht. Der Spieler muss also das Fadenkreuz nur auf den Gegner setzen und abdrücken. Den Recall-Ausgleich macht das Skript von selbst für den Spieler. Und genau hier sind wir beim entscheidenden Faktor, welches ganz klares Cheating von SnapTab unterscheidet. Beim Cheating wird die entscheidende Aktion nicht mehr vom Spieler durchgeführt, sondern automatisiert von einer Software. Recall-Ausgleich durch automatisches Runterziehen des Mauszeigers oder schnelles Single-Fire durch softwareseitige Übermittlung einzelner Klicks, obwohl der Gamer gar nicht einzeln klickt. Von Auto-Aim-Software, die sogar das Zielen und Feuern übernimmt, mal ganz abgesehen, da macht der Spieler ja so gesehen überhaupt nichts mehr. Und genau hier liegt der Unterschied zu SnapTab. Egal, ob es vielleicht unfair einfach ist, aber der Spieler macht es immer noch selbst. Der R ist verantwortlich dafür zu entscheiden, geht der Charakter im Spiel nach links oder nach rechts. Nur nicht, indem er erst eine Richtung löst und dann erst die andere drückt, sondern indem er eine Taste löst und drückt. Eine positiv ausgedrückt nur andere Art und Weise der Steuerung, oder? Oder was ist beim Spielen mit Controller? Hier bewegt man einen Stick mit dem Daumen nach links und rechts. Oder was ist mit DKS, einer Tastaturfunktion, bei analogen Schaltern, bei dem je nach Eindrucktiefe eine andere Taste ausgegeben wird? Also das klassische W-Halb-Reindrücken ist Gehen, Ganz-Reindrücken ist Rennen im Vergleich zu W ist Gehen und eine Taste zusätzlich Drücken, zum Beispiel Shift und W ist Rennen. So könnte man es doch auch sehen. Ich weiß nicht, ob das der Grund ist, warum die Spielehersteller die SnapTab-Funktion durchgewunken haben, aber Razer hat sich ja vorher versichert, dass die Spielehersteller es eben nicht als Cheating ansehen. Oder ob es schlicht an der Tatsache liegt, dass es in der Praxis eh nicht eindeutig nachzuweisen ist, ob jemand SnapTab nutzt. Es kann kein externes Skript auf dem PC aufgespürt werden und dass es bei SnapTab-Verwendern keine gleichzeitige Übermittlung mehr von zwei Richtungstasten gibt, sondern immer nur nacheinander. Tja, ob das ausreicht, um jemandem eindeutig als Cheater zu überführen? Ich weiß nicht. Wie auch immer, es war jetzt nur eine objektive Gegenüberstellung, was für Cheating und was dagegen spricht. Wenn ihr mich persönlich fragt, dann muss ich ganz klar sagen, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich wünschte, dass Razer diese Büchse der Pandora nicht geöffnet hätte, sodass selbst Wooting innerhalb kürzester Zeit diese Funktion nachrüsten musste, weil die Community es einfach gefordert hat. Dahinter steckt ganz klar die Angst, einen Nachteil gegenüber Razer-Tastatur-Nutzern zu haben. Und da haben wir den Teufelskreis, aus dem wir nicht mehr herauskommen. Nach und nach werden alle Gaming-Tastaturhersteller nachziehen und was soll die Spielebranche dann noch machen? Alle Tastaturen verbieten oder auch Stand jetzt, alle Spieler mit Razer-Tastatur von Wettkämpfen ausschließen oder generell alle Spieler mit Razer-Tastaturen bannen, weil sie ja SnapTab nutzen könnten. Da wäre Razer als Sponsor vieler E-Sports-Teams und Meisterschaften sicher, not amused und das wiederum können sich die Spielehersteller und Meisterschaftsausrichter nicht leisten. Also insgesamt eine ganz bescheidene Situation und ich bin schon sehr pissig auf Razer, dass sie das losgetreten haben. Zumal sie eigentlich nichts davon hatten. Wooting, die Razer gerade gehörig ärgern, haben notgedrungen direkt mit SOCD nachgezogen, sodass der Razer-Vorteil nun wieder weg ist und eigentlich nichts gewonnen ist, aber jede Menge verloren, was Gill in Spielen angeht. Für mich persönlich ist es kein Ding, denn in meinem Hauptspiel PUBG ist SnapTab kein sonderlicher Vorteil, da PUBG einen natürlichen Delay in der Bewegung eingebaut hat, was die reale Bewegung eines Menschen simuliert. Man hat halt nicht schlagartig ein Momentum aufgebaut, sondern Laufgeschwindigkeit baut sich langsam auf. So wie das ja auch in der Realität ist. Also Realität, ihr erinnert euch. Das ist das, was da draußen in der Welt ist. Außerhalb vom PC, wo so Menschen wirklich rumlaufen und so. Aber bei Spielen mit simpler Bewegungsmechanik wie Counter-Strike, Quake, Overwatch und Co. ist SnapTab schon ein massiver Vorteil, der alle in den Hintern tritt, die jahrelang sich einem Counter-Straffing-Skill antrainiert haben, der jetzt von jedem Dämel nur mit einer Taste fast genauso gut gemacht werden kann. Sehr blöd und ich kann den Unmut verstehen, auch wenn ich mit meinem Spiel nicht betroffen bin. So, ich hoffe, ihr habt bis hierher durchgehalten. Schreibt uns bitte in die Kommentare, wie ihr die ganze SnapTab-Problematik seht und ob euch das Aufzeigen der Sichtweisen in diesem Video dazu gebracht hat, eure Meinung in die eine oder andere Richtung zu ändern. Das wird uns wirklich sehr interessieren. Legstock Over and Out in diesem Video ist ein Video. Bis zum nächsten Mal.